Es gibt Serien, wir sind darum bemüht, immer wieder die gleichen Leute vor der Kamera zu halten. Und es gibt andere, da kommen immer neue dazu. Und ich freue mich auf ein relativ neues Gesicht bei Sturm der Liebe. Herzlich willkommen, Johannes Huth. Wie geht's dir und wo bist du? Ja, danke. Mir geht's super. Ich bin hier gerade in Grünwald im Studio 45 in meiner Garderobe auf dem Bavaria Gelände. Das freut mich. Relativ neues Gesicht hatte ich jetzt hoffentlich nicht getroffen, weil du bist ja doch seit August 21 schon dabei. Das ist ja schon ein bisschen, ne? Das ist schon ein bisschen länger. Also ich drehe ja schon seit Mai, aber es fühlt sich immer noch relativ neu an. Also im Verhältnis zu den anderen Kollegen und Kolleginnen, die schon länger hier drehen, ja. Das glaube ich Folge 3, 6, 5, 6. Das ist einfach eine zu schwere Zahl, um sie am Stück auszusprechen. Da warst du das erste Mal zu sehen. Wer ist denn Gerry Richter? Gerry Richter ist der große Bruder von Max Richter, der Fitnesstrainer am Fürstenhof. Oder wie Gerry auch gerne sagt, der Gymnastiklehrer. Gespielt von dem tollen Stefan Hartmann, der glaube ich auch schon bei dir zu Gast war. Und genau, Gerry macht sich auf den Weg nach Bichlheim auf seinem Rasenmäher, weil er seinen Bruder überraschen möchte und zum Geburtstag sehen möchte und gratulieren möchte. Und Gerry ist ja ein ganz besonderer Mensch. Gerry ist ein sehr besonderer Mensch, ja. Was zeichnet ihn aus, außer seine Gutherzigkeit und seine Ehrlichkeit? Dass er sehr pragmatisch ist, dass er frei von Vorurteilen ist und ich nehme an, darauf willst du jetzt auch hinaus, dass er eine kognitive Beeinträchtigung hat. Genau, denn das ist das Schöne bei Sturm der Liebe zurzeit, dass eben Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung gezeigt werden, weil wir haben viele Formate im deutschen Fernsehen, die einfach so tun, als gäbe es gar keine Krankheiten bei Menschen. Und schwerer Schock für alle, doch. Und deswegen freue ich mich, dass Gerry da ist. Ich persönlich mag Gerry sehr. Wie ist es mit dir? Ich liebe Gerry. Also das ist wirklich, ich muss sagen, das ist eine Figur, die mir sehr, 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 sehr am Herzen liegt. Und das ist ganz toll, so eine Figur spielen und erzählen zu dürfen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du kriegst so, hey, die suchen für Sturm der Liebe, hast du Lust dabei zu sein und denkst so, yeah, Sturm der Liebe, da geht es um Liebe, es geht weniger um Stürme. Ja, aber hättest du damit gerechnet, dass du so eine besondere Figur bekommst? Nein. Also ich glaube, wenn man erst mal hört, okay, es gibt irgendwie eine Casting-Ausschreibung für Sturm der Liebe, klar, da geht man dann irgendwie alle Rollenfächer durch. Ich muss auch sagen, tatsächlich, das war, glaube ich, schon mein drittes Casting für Sturm der Liebe. Also ich wurde schon mal angefragt für zwei andere Figuren in der Vergangenheit und habe dafür auch zwei E-Castings gemacht. Dafür hat es nicht geklappt. Aber ich glaube ja, dass alles immer auch irgendwie einen Grund hat. Und deswegen ist es umso schöner, jetzt gerade diese Figur spielen zu dürfen. Und wie haben Sie es dir erklärt? Wie haben Sie dir gesagt, das ist jetzt nicht das Love Interest von dem oder der? Na, du kriegst ja dann immer, wenn die Casting-Ausschreibung kommt, kriegst ja immer so ein Blatt, da steht dann irgendwie drauf, so sind die Familienverhältnisse. Und ja, da wurde einfach ganz offen kommuniziert. Gary hat eine kognitive Beeinträchtigung und das begleitet ihn schon sein Leben lang. Und das ist natürlich auch ein großer Konflikt, der sich so durch das ganze Leben spinnt, auch gerade im Verhältnis zu Max, zu seinem Bruder. Und klar, dann kriegt man irgendwie die zwei Szenen und liest sich das durch. Und dann geht es ran an das E-Casting. Auch das finde ich sehr besonders. Normalerweise, wenn eben Menschen mit Beeinträchtigungen im deutschen Fernsehen zu sehen sind, es ist nicht nur im deutschen Fernsehen, es ist fast überall so, dann geht es nur darum. Es geht nur darum, dass diese Figur eben diese Beeinträchtigung hat. Und auch das ist nicht der Fall. Bei dir und deiner Figur gibt es sogar ein Love Interest. Die Liebe steht im Fokus mit der Shirin. Und das finde ich auch außergewöhnlich, weil auch das ganz normal erzählt wird. Und nicht, oh Gott, dass jetzt zum Beispiel Stefan Hartmann in der Rolle sagt, oh Gott, mein Bruder ist verliebt, aber der hat doch das. Sondern einfach, dass das gegeben wird. Und das finde ich sehr, sehr schön. Hattest du denn Berührungsängste mit dem Thema? Berührungsängste nicht. Also ich habe schon am Anfang, als ich dann eben die Ausschreibung bekommen habe, mich sehr viel mit der Figur beschäftigt. Und natürlich auch damit beschäftigt, was für eine Verantwortung einhergeht, wenn man eine Figur mit kognitiver Beeinträchtigung spielt. Und habe sehr viel mit meiner Agentur gesprochen, die da auch wirklich super cool war und ein offenes Ohr für mich hatte. Mit KollegInnen, mit FreundInnen, also wirklich mit sehr vielen Menschen, die mir auch sehr am Herzen liegen, gesprochen und so einfach relativ offen kommuniziert, dass mir das sehr wichtig ist, so eine Figur zu erzählen, weil das schon der richtige Schritt ist, finde ich, in Richtung Inklusion, Diversität und auch eine Chance ist, auch Sehgewohnheiten zu verändern. Und klar, aber dass das natürlich trotzdem mit einer Verantwortung einhergeht, was Identität und Repräsentation bedeutet. Jetzt war ja vor kurzem großer Grund zu feiern. Hochzeit bei Sturm der Liebe. Und eine Szene davor hat mir besonders gut gefallen. Du mit dem großartigen Sven Wasner. Ich liebe eure Szenen. Wenn ihr zusammen in einer Szene seid, da kann man sich eigentlich immer schon freuen, weil da treffen wir ja zwei wirklich so schöne Welten. Der eine, der Schnacker mit Sven und dem, der Tacheles spricht. Und das ist so schön. Es geht irgendwie darum, er braucht irgendwie einen Anzug oder ein Jackett oder irgendwas. Und du stehst da gerade, reitest es dir aus der Hand und sagst, wie sehe ich aus? Und du sagst, dick. Und er sagt, gut, da ist Stretch drin, das gibt noch ein bisschen nach. Dann geht er weg und du sagst, Erik, warum trägst du eigentlich nie Socken? Und er guckt dich völlig entsetzt an und sagt, weiß ich nicht. Da frage ich mich, wie viel Zeit habt ihr für so eine Szene und wie viele Takes macht ihr wirklich? Weil ich kann mir vorstellen, bei euch beiden, das ist ein One-Take. Das klappt beim ersten Mal. Ich glaube, in dem Fall stimmt es sogar. Also ich glaube, das war wirklich, haben wir das in einem Take gespielt. Also in der Regel haben wir im Studio, glaube ich, immer so Pi mal Daumen 20 bis 30 Minuten für so eine Szene. Aber ich glaube, gerade wenn es ein bisschen komödiantischer ist und gerade auch bei uns beiden, ist es auch ganz schön, wenn man das gleiche im ersten Anlauf schafft, weil sich das vielleicht dann auch von Take zu Take auch ein bisschen abspielt, je nachdem. Ja, und natürlich auch die Gefahr sehr groß ist, dass vielleicht auch die Konzentration ein bisschen, dass man das ein bisschen verliert und dann natürlich auch sich selber immer wieder reißt, weil man die Situation selber so komisch findet. Also wirklich ein Fest. Also das macht wirklich Spaß. Aber schön ist natürlich auch, wenn man merkt, dass sich Zeit genommen wird. Und das ist natürlich bei einer Daily Soap, da muss wirklich, da wird, wer es nicht weiß, da passiert ganz, ganz viel. An einem Tag wird fast eine ganze Folge oder eine ganze Folge gedreht. Da ist nicht viel Zeit. Jetzt gab es eine Szene, die ist schon ein bisschen länger her. Da ging es um irgendwas auf dem Golfplatz und du warst mit Vanessa unterwegs. Und dann war die Szene eigentlich zu Ende erzählt und sie hatte gefragt, ob du sie mitnimmst zum Fürstenhof. Und dann gab es doch wirklich Fahrbilder. Sehr viele sogar. Man hat gesehen, wie ihr gefahren seid, ihr habt Spaß gehabt von links nach rechts, oben, unten. Und das sieht man sonst nie. Wie kam es dazu, dass das, weißt du das noch? Das ist wahrscheinlich schon ewig her. Das war im Sommer und ich glaube, dass wir uns da tatsächlich einfach die Zeit genommen haben, während der Drehpause, also der Dreh ging weiter, aber wir haben dann quasi wie, ich würde fast sagen, wie mit einer Second Unit diese Fahraufnahmen gemacht und uns diese Zeit genommen, weil natürlich der Golfplatz auch ein neues Motiv war und man das natürlich auch nochmal neu zeigen wollte und das natürlich auch eben mal auch was anderes ist, ein neues Motiv, was Neues. Und ich glaube, da haben wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit genommen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, da mit dem Rasenmäher über den Golfplatz zu cruisen. Das glaube ich. Und das war halt auch schön, weil es auch mal diesen Durchatmungsmoment gibt, den es ja bei vielen Serien leider nicht so oft gibt. Du hast mal gesagt, wenn ich mich auf eine Rolle vorbereite, suche ich zunächst nach Musik, Bildern, Literatur und Filmen, die mich inspirieren und die mir dabei helfen, die Welt der Figur zu erschließen. Weißt du noch, was du rausgesucht hast für Gerry? Ja, ich habe sogar eine eigene, also ich lege mir dann immer so eine Spotify-Playlist an von Musik, die ich dann auch manchmal wieder zu Rate ziehe, je nachdem, was gerade für Bilder irgendwie anstehen. Bei Gerry, ganz konkret, war es sehr viel 80er, sehr viel 80er Musik, klar und Filme, also ich würde jetzt, da ist natürlich so ein Vorbild wie natürlich Forrest Gump, das ist natürlich ein Film, den man sich da, wenn man die Figur sieht, klar, das schaut man sich an, den kennt man, aber schaut natürlich noch mal ein bisschen genauer und dann schaut man weiter. Also ich glaube, das sind so die zwei Dinge, die da am meisten irgendwie einen Einfluss mitgespielt haben bei der Vorbereitung. Und das Schöne ist, wir sehen dich ja jetzt bei Sturm der Liebe nicht zum ersten Mal. Man konnte dich schon woanders sehen und ich habe mich besonders gefreut, dich bei, es war nur eine kleine Szene, aber ich habe sehr gefeiert, Tina Mobil. Es war eine meiner absoluten Lieblingsserien 2021, wer sie nicht gesehen hat, ab in die Mediathek, Tina Mobil gucken, es gibt kaum was Besseres und du hast halt auch mit der großartigen Gabriela-Maria-Schmeide eine Szene, die ist so geil. Tina ist eine Frau, die hat unglaublich viele Probleme, ignoriert die aber, bis es nicht mehr möglich ist, sie zu ignorieren. Und sie wurde jetzt dummerweise geblitzt und ist zu schnell gefahren und du und ein Kollege haltet sie auf und es stellt sich heraus, dass sie wollte Kindern helfen und hat halt irgendwie einen Schwung Kinder hinten drin. Das war so schön. Ist denn jetzt überhaupt bei Sturm der Liebe für dich die Zeit, mal nebenbei irgendwo kurz aufzutreten oder bist du vollends eingebunden? Ich bin vollends eingebunden. Also es gibt die Möglichkeit, wenn man mal irgendwie ein oder zwei Drehtage für ein Projekt hat oder hätte, dass man da ein bisschen was arrangieren kann, aber da braucht es auch immer ein bisschen Vorlauf zu, weil wir natürlich auch viel vorproduzieren. Aber grundsätzlich bin ich vollends eingespannt hier. Und wie kam das mit Tina Mobil? Wurde du regulär angefragt oder hast du gesagt, ich habe da von einem neißen Projekt gehört, ich wäre gerne dabei? Das lief tatsächlich ganz einfach über eine Anfrage, dann über die Casting-Direktorin und ja, und dann habe ich es gespielt. Und das sehr gut. Wie lief denn das bei Jogging Girl? Bei Jogging Girl, das war ja eine Eigenproduktion. Das war ja ein Wettbewerbsbeitrag für Crew United. Die haben ja immer dieses, ich glaube alle paar Jahre, diesen SMS-Shorty-Wettbewerb. Und da war das Thema Liebe. Und genau, wir haben dazu ein Musikvideo gedreht mit einem Song von der Band meiner damaligen Freundin. Und der eigentlich von einer unerfüllten Liebe spricht, von einer Frau, die die ganze Zeit joggen muss und der Mann, der am Fenster steht und einfach nicht hinterherkommt. Und genau, so lief das. Aber das haben wir komplett irgendwie in Eigenregie und Eigenarbeit gemacht. Und ja, das war schön. Und es gibt da eine Szene mit einer Geigenprobe. Ah, Violin. Ja, das war ein, oh, das ist aber lang her. Das war ein Kurzfilm, ich glaube 2011 war das. Ist so um den Dreh rum. Ein ganz toller Regisseur aus Berlin, der diesen Film gemacht hat und wofür ich tatsächlich extra Geigenunterricht bekommen habe. Ich finde das immer, wenn du, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du Filme siehst und es geht um Instrumente oder auch einfach Dinge, wo man so das Gefühl hat, ah, der Schauspieler, die Schauspielerin, ich sehe das gerade, dass die das nicht wirklich spielen können. Und deswegen hatte ich, ich hatte einen riesen Respekt davor, als der Regisseur gesagt hat, ich will das mit dir machen. Du weißt schon, dass ich das nicht spielen kann. Er so, ja, ja, wir organisieren ein Double. Das Double habe ich bis heute nicht kennengelernt, weil es tatsächlich da so war, nee, du spielst das jetzt selber und du kriegst jetzt ein paar Wochen Unterricht. Und ich habe mich da wirklich reingehauen und eine Freundin von mir hat es dann gesehen, die spielt selber Geige und meinte so, hey, zumindest im Opening könnte man meinen, dass du mal gespielt hast. Und da dachte ich so, hey, das ist ein schönes Kompliment, weil letztendlich denke ich mir auch, okay, man ist Schauspieler, Schauspielerin und solange ich es verkaufen kann, dass ich es spiele, alles fein. Ja, also bei der Szene geht es ja darum, dass dein Geigenlehrer dich ja verführt und ihr euch dann küsst. Kann ich dir an der Stelle sagen, ich habe jetzt nicht zwingend aufs Geigenspielen geachtet. So, da war die Emotion mal schon weiter vorne, aber das macht halt den Unterschied. Ich weiß auch gar nicht. Generell, das heißt, wenn ich dir heute eine Geige in die Hand drücke, könntest du noch so ein, zwei Moves oder wäre das alles weg? Ich könnte wahrscheinlich noch zwei Noten irgendwie spielen, aber ich konnte den Anfang des Stücks tatsächlich spielen, aber schön war auch anders. Also der Ton war da nicht so begeistert, weil so können wir da nicht irgendwie Seife drauf schmieren, dass man nichts gehört irgendwie. Also schön war das nicht. Wie viele Fotoobjektive hast du mittlerweile? Puh, ich habe, ich sortiere auch immer wieder ein bisschen aus. 15? 15? Und wie viele sind davon zu 100% repariert? Alle. Alle, du Tier. Nee, die sind repariert oder halt eben auch modifiziert tatsächlich. Also gerade die alten Fotoobjektive, also ich habe irgendwann angefangen, die wirklich zu sammeln. Die, ja, da ist ja dann oft irgendwie die Blende irgendwie verölt und so. Und ich habe dann wirklich angefangen, das so auseinanderzunehmen und die Blenden zu reinigen. Und das ist wirklich eine Fitzelarbeit, also wenn man das mal macht. Aber es ist auch sehr beruhigend, sehr meditativ. Als du damals festgestellt hast, du findest das gut, dann saßt du mit deinen Jungs und Mädels zusammen und die haben so gesagt, hey, ich spiele gern Fußball, das Mädel da macht gern Kickboxen und du so, ich stehe auf alte Fotoobjektive. Ja, das ist ein bisschen aus der Not heraus geboren worden, weil ich immer schon, ja, mich das Filmemachen generell auch immer sehr interessiert hat. Und mir das dann aber auch irgendwann immer zu teuer war, irgendwelche Objektive zu leihen. Und da die Technik ja immer weiter voranschreitet und wir mittlerweile auf Systemkameras drehen können und alte Fotoobjektive wieder benutzen können, habe ich mir gedacht, hey, ist doch super. Drehen wir halt einfach auf alten Fotoobjektiven. Das Schöne daran ist, da hat ja auch jedes Objektiv einen eigenen Charakter und man kann irgendwie einen bestimmten Look erzeugen. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, komm, ich beschäftige mich mal damit und dann machen wir Filme. Sturm der Liebe ist nicht deine erste Daily Show, bei der du dabei bist, oder? Nein, ich habe schon ein bisschen Daily-Erfahrung, wenn auch immer nur kurz, so als Episoden oder Tagesrollen. Also war sehr früh bei Unter uns. Ich glaube, das war so um die Abi-Zeit rum, 2008, 7, 8 so rum. Und dann war ich noch bei GZ, SZ, genau, für eine kleine Rolle. Also ich meine, so viele bleiben jetzt nicht, nur können es ja theoretisch bei Gelegenheit mal bei den anderen noch vorbeischauen und dann ist auf deiner persönlichen Checklist Daily Soap Deutschland durchgespielt. Das stimmt. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Du hast vollkommen recht, ja. Was wäre für dich das schönste Ende für Gerry bei Sturm der Liebe? Wow, wow, krasse Frage. Das schönste Ende für Gerry? Hm. Ich glaube, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Das ist so schwierig, weil ich finde, Gerry hat mittlerweile einen so schönen Ort gefunden mit Bichlheim, wo er so viele Freunde, Freunde gefunden hat und so aufgenommen wird, wie er eben ist, dass ich gar nicht weiß, was das jetzt noch toppen kann. Muss ich länger drüber nachdenken. Ich hoffe, dass wir Gerry noch ganz, ganz lange sehen werden, denn ich glaube, es gibt da noch richtig, richtig viele schöne Geschichten für diese wirklich unterhaltsame Figur. Wer Gerry noch nie gesehen hat, hier die gute Nachricht. Das gibt es natürlich in der ARD-Mediathek. Kann man zurück bis zur Folge 3.656, als er das erste Mal da war. Und er wird gespielt von Johannes Huth. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show. Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch mit dir. Ich bedanke mich bei dir dafür auch. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst jetzt in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Und dafür muss man bereit sein, Menschen als wundervoll anzuerkennen. Ja, manchmal lässt man sich abschrecken. Da fehlt zum Beispiel eine Gliedmaße oder der Mensch sitzt in einem sehr teuren metallischen Gerät, einem Mercedes oder sonst irgendwie was. Manchmal erleiden Menschen Schicksale, die man ihnen ansieht. Säure ins Gesicht beschüttet bekommen oder sowas. Und wir dürfen uns trotzdem davon nicht abschrecken lassen. Weil der Mensch ist nicht sein Aussehen. Der Mensch ist seine Seele. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr zur nächsten Web Talk Show. Und jetzt der Abschluss mit Johannes Huth. Bis dann. Was ich noch nie in eine Kamera gesagt habe, ist Danke an meine Familie, die mich bei allem, was ich mache, immer unterstützt haben. Die nie gesagt haben, mach was Anständiges, lern was Anständiges, sondern mich einfach so nehmen, wie ich bin. Und dafür möchte ich sagen, vielen Dank. Ich habe euch lieb. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Dann.